Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testbericht von mir. Heute habe ich mir zwei Softboxen angeschaut. Die erste Softbox ist von keinem speziellen Hersteller, also No Name und die zweite Softbox wird von der Firma TechTake auf Amazon vertrieben. Wie gesagt, die beiden Softboxen habe ich mir genauer angeschaut und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt top und die Softboxen werde ich euch jetzt eben vorstellen. Kommen wir nun zum Unboxing. Da habt ihr zuallererst hier diese Anleitung. Diese ist kurz und knapp gehalten, außerdem bebildert und erklärt eben, wie das Ganze aufgebaut wird. In dieser schwarzen Tasche hier, die ist oben mit Kreppverschluss verschlossen, befindet sich dann die Softbox in zusammengefaltetem Zustand und außerdem befindet sich noch die weiße Stoffabdeckung darin. Diese ist jetzt hier gerade herausgefallen und diese weiße Stoffabdeckung kann nachher über die Softbox gezogen werden und dort wird sie eben mit Krepp befestigt. Sinn und Zweck dieser weißen Stofffläche ist dann, dass das Licht dadurch noch weicher wird, allerdings schluckt diese natürlich auch Licht. Kommen wir jetzt hier zur Softbox. Diese hat so eine Art Regenschirmmechanismus und kann aufgeklappt werden und im Inneren befinden sich auch solche Stäbe, diese schwarzen, die man auch von Regenschirmen kennt. Also das Ganze ist nicht ultra stabil, also geht am besten vorsichtig damit um. In der Mitte haben wir hier diesen Ring, den müsst ihr vorsichtig und gleichmäßig herunterdrücken, bis er sich quasi hier um die Lampenfassung legt. Das Ganze rastet dann ein und so ist die Softbox eben dann fixiert. Auf der Rückseite sieht dann noch die Befestigung, wo das Ganze nachher am Stativ montiert wird und unten sieht er noch den An- und Ausschalter. Das war es jetzt erstmal von der Softbox und ich lege diese jetzt kurz weg und dann schauen wir, was weiter in der Verpackung enthalten ist. Als nächstes haben wir hier unten noch eine schwarze Tasche und das ist eine ganz praktische Sache. Also ihr könnt das Ganze eben in der Tasche verpacken, wenn ihr es zum Beispiel mal irgendwo hin mitnehmen wollt. Was ich euch aber definitiv sagen kann, ist die Softbox ist nicht für den Outdoor-Einsatz geeignet. Also diese Softboxen wiegen ungefähr zwei Kilo und wenn da ein Windhauch kommt, dann wählt es euch die Softbox um. Also nicht für den Außeneinsatz geeignet. Als nächstes habt ihr hier noch so einen länglichen Cardon und in diesem Cardon befindet sich das Stativ, auf das die Softbox dann montiert wird. Jetzt öffne ich erstmal den Cardon und schaue mir das Stativ dann mal an. Wie gesagt, die Softbox ist relativ leicht und das Stativ ist auch relativ leicht. Das Stativ wiegt ungefähr irgendwas zwischen 1 und 1,5 Kilo. Hier habt ihr eben das Stativ zusammengeklappt. Zuerst einmal müssen wir das Ganze aufklappen. Da habt ihr unten drei Beine. Diese bewegt ihr leicht nach außen und dann könnt ihr eben das Ganze eben von der Seite greifen und quasi so aufziehen. Natürlich müsst ihr das Ganze auch fixieren, dass sich das nicht ganz wieder von selber einklappt. Und dazu gibt es hier oben auch eine Stellschraube am Stativ und die schraubt ihr dann eben fest. Das Stativ ist außerdem höhenverstellbar und erreicht eine maximale Höhe von 2,15 Meter. Und da habt ihr oben hier solche Stellschrauben. Da habt ihr eben zwei Metallstangen, die dann ausgefahren werden können. Und wie gesagt, bis zu 2,15 Meter ist so die Höhe. Wenn ihr es komplett ausfahrt, müsst ihr natürlich auch aufpassen, dass es nicht umfällt, weil das Ganze wird dann schon ein bisschen wackelig. Kommen wir nun noch zum letzten Teil in der Verpackung. Und zwar ist das eine Lampe. Und im Genauen ist es eine Energiesparlampe mit circa 55 Watt und einer Farbtemperatur von 5.500 Kelvin. Diese 5.500 Kelvin sind deswegen wichtig, weil dieser Wert entspricht Tageslicht. Würdet ihr zum Beispiel eine normale Glühbirne nehmen, dann würdet ihr das Video damit eben gelb einfärben. Und das wäre dann eben die falsche Lichtfarbe. Das war es jetzt hier vom Unboxing. Und jetzt kommen wir zum Aufbau. Hier seht ihr die Softbox. Da habt ihr das Tuch der Softbox und das Leuchtmittel. Zuerst einmal zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze wieder zusammenfalten könnt. Das heißt, wenn ihr an diesem Ring in der Mitte zieht, könnt ihr die Softbox wieder zusammenfalten. Das mache ich jetzt hier nicht, sondern ich drücke das Ganze wieder herunter und fixiere das Ganze, weil ich will die Softbox hier ja aufbauen. Zuallererst hier haben wir das Leuchtmittel. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich das Leuchtmittel eingedreht habe. Ich wollte nicht mit den Fingern auf dem Leuchtmittel herumgriffeln, weil ich eventuell vielleicht ein bisschen fettige Finger habe. Da habe ich eben den Dreck an der Lampe. Deswegen seht ihr jetzt gleich hier ein Tuch. Ich habe jetzt da die Tasche genommen, die eh dabei war. Und dreht es mit der Tasche eben die Lampe in das Gewinde ein. Ich rate euch, das Ganze hier mit Gefühl reinzudrehen, weil wenn ihr das Ganze überdreht oder mit Gewalt macht, dann könnt ihr natürlich die Lampenfassung beschädigen. Deswegen immer schön mit Gefühl die Lampe eindrehen. Als nächstes haben wir eben dann noch hier dieses Überziehtuch, das dafür sorgt, dass das Licht noch weicher wird, wenn ihr das Ganze eben nutzt. Ich persönlich nutze sie nicht immer, sondern ich nutze das manchmal auch einfach so, wie ihr es jetzt seht. Das geht natürlich auch. Wenn ihr aber extrem weiches Licht wollt, wie gesagt, könnt ihr eben das Tuch benutzen. Und das Tuch ist relativ leicht zu befestigen. Und zwar die Naht hier gehört nach innen. Und dann beginne ich hier in der linken oberen Ecke. Da ziehe ich das Ganze dann drüber. Und an den Seiten, an den vier Seiten, das sieht man jetzt hier nicht, aber da befindet sich überall in der Mitte so ein Kreppverschluss. Und da kann eben das Tuch dann an der Softbox befestigt werden. Das mache ich jetzt hier. Und ihr seht eben, ich ziehe das Ganze über die Ecken, drücke dann oben leicht den Kreppverschluss fest. Und so wird eben das Tuch über der Softbox befestigt. Recht einfach, recht simpel. Und abmachen geht eben genau wieder so. Das war es jetzt hier erstmal von der Softbox. Und im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt noch, wie das Ganze auf dem Stativ befestigt wird. So sieht die Softbox aus, wenn sie auf dem Stativ bereits befestigt ist. Ich nehme das Ganze jetzt aber wieder ab, damit ich euch zeigen kann, wie das eigentlich befestigt wird. Und zwar sieht das so aus, wenn ihr das noch nicht befestigt habt. Ihr habt hier oben ein Metallteil. Und auf dieses Metallteil müsst ihr die Softbox eben draufstecken. Wenn das nicht gleich auf Anhieb passt, dann müsst ihr eben etwas hin und her bewegen und ein bisschen spielen, damit das Ganze eben sitzt. Das Endziel ist eigentlich so, wie ihr es jetzt hier seht. Die Softbox muss so bündig sitzen und wird dann mit der Stellschraube fixiert. Hier auch wieder, dass das Ganze gut sitzt. Aber das Gewinde sollte natürlich auch nicht mit Gewalt überdreht werden, weil mit Gewalt kriegt ihr jedes Gewinde nämlich kaputt. Die Softbox kann hier auch im Winkel verstellt werden. Dazu gibt es ja auch eine Schraube. Wenn ihr diese verstellt, könnt ihr die Softbox eben nach unten oder nach oben kippen. Und hier seht ihr einmal so den Radius, den ihr eben da einstellen könnt. Wenn ihr den Radius habt, den ihr eben wünscht, dann schraubt ihr die Schraube einfach wieder fest. Höhenverstellbar ist das Ganze auch. Das hatten wir ja bereits. Das seht ihr nochmal kurz hier. Und links unten habt ihr noch den Schalter. Und mit dem Schalter könnt ihr eben das Ganze an und aus machen. Kommen wir nun zu einigen kleinen Unterschieden zwischen den Softboxen. All diese Unterschiede sind im Endeffekt zu vernachlässigen, denn im Großen und Ganzen sind die Softboxen gleich. Der erste Unterschied hier zwischen der Tag-Take-Box und der No-Name-Box ist. Bei der Tag-Take-Box seht ihr hier das Stativstück oben. Das hat kein Gewinde. Und bei der No-Name-Box ist hier eben ein Gewinde dran. Allerdings ist das Gewinde hier für die Softbox also spielt keine Rolle, weil wir benötigen das Gewinde hier nicht. Ich vermute, dass einfach bei der Produktion der Stative eben einfach durchgängig das Ganze mit Gewinde produziert wird und das Gewinde vielleicht bei einer anderen Lampe oder einer anderen Softbox dann eine Funktion eben hat. Kommen wir nun noch zu ein paar Fotos, damit ihr noch ein paar Details seht. Hier habt ihr zum Beispiel beim Stativ unten die Schrauben. Als nächstes haben wir hier die Softbox in aufgebautem Zustand. Und hier haben wir sie dann nochmal mit dem Winkel nach oben verändert. Dann habt ihr hier als nächstes die Lampenfassung, damit ihr mal seht, da kommt eben die Lampe rein. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal die Softbox mit abgeschaltetem Licht und eingelegter Lampe.